Ich war hier live auf FIT und werde mir das jetzt hier zusammen anschauen und das live gewinnen. Es geht los, Freunde. Es geht los, Freunde. Statt live sehen, gibt es für mich hier ein Video. In dem Bunker ist noch nichts passiert, Freunde. Der Countdown ist weg. Ihr seid mittendrin bei mir. Oh, was ist passiert? Was ist das? Ist das ein Zoom-Stack-Gerät? Scheiße, sind wir weggefallen. Los. Los. Freunde. Wie das? Was hat mir das geplant? Stehen wir mal ganz oben wieder. Lol. Was? Wo befinde ich mich? Das Dunst-Stack-Gerät. Freunde, was geht da los? Das Dunst-Stack-Gerät. Oh mein Gott. Was sagt er das ja? Das Dunst-Stack-Gerät. Das Dunst-Stack-Gerät. Oh mein Gott. Was sagt er das ja? Schau. Das Dunst-Stack-Gerät. Abonniert mich kostenlos um hier wieder sowas krasses zu verpassen. LOL! Die Bunker, die er sich wieder rettet, sich! Das ist so wie beim schwarzen Loch, Alter! Wir fliegen! LOL! Oh nein, die Zona! Das macht mir das, macht mir das Zona, die da! Die Zona! Die Zona! Was? Wo bin ich? Wo befinde ich mich? Wo war ich? Warte, was macht mir das? Junge! LOL! Es regnet! Oh, das ist immer Regen! Hier! Was hat bloß gesagt, die Agentur ist zerstört! Was wird denn auf dem Antibam brennen? Da sieht er sonst gar nicht! Nooo! Was macht mir das denn mit der Kugel? Alter! Alter! Das war's etwa! Das war's etwa! Was hat das denn? Was hat das denn mit der Kugel? Und was? Das war's! Was? Was? Ja, was? Was? jetzt bitte ja jetzt gleich warte 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 moment das ist nicht nur ein sturm was soll das denn bedeuten er muss mit der schleife verbunden sein dass er so reagiert hätten wir echt nicht vorhersehen können und das hat funktioniert das glaubst du wie lange hält das alles als ob nichts ab weiter gut Wo fliegen wir hin? Hey! Wird alles so leise, wenn da zu? Alter, die Möck! Hier ist Wasser! Hier ist überall Wasser, Digga! Wassermap liegt! Wassermap bleibt! Wassermap ist gelegt! Das ist ein Live-Event! Wunderung, Wasser! Ich geh das heute schon in die Wasser! Mein Apptiva! Will ich tauchen? Ich schwöre gerade mal, ich geh da gerade mal hin! Neue neue Zone! Neue Wasserzone! Ist es wirklich hier schon vorbei? Das ist ein Live-Event, Digga! Ich glaube schon, Freunde! Trefft eure Entscheidung! Ich werde jetzt noch mal drinnen landen, Freunde! Ich werde gerne können auch Költe-Kozuki eingeben! Mir gerade egal! Neue Zone, Alter! LOL! Was mit der Agentur, Alter! Und den Bunkern! Die Bunker sind jetzt wieder zu, Alter! Ich glaube, wir haben einfach eine neue Zone! Wir haben einfach eine neue Zone! Nimm alles ins Wasser! Und die snipen schon wieder! So! Dann würde ich sagen! Macht das! Wenn ihr euch gefallen habt, seid ihr mir dann da nach oben! Und schaut einen Kommentar! Und schreibt und abonniert mich auch kostenlos, damit ihr sowas nie wieder verpasst! Ich habe auch schon gesagt, dass irgendetwas zerstört wird, Alter! Dann würde ich euch sagen! Tschau, tschau, tschüss, bis bald! Ich werde noch die Runde hier fertig spielen! Und danach würde ich euch sagen! Was ist das? Ich bin dann mal gespannt, die neue Map! Also, die neue Wassermap, die ist mega geil! Es ist plötzlich, wenn man da reingeht nochmal! Das ist erst noch drin! Ich sehe nicht, wie wir das in den Luft haben aber etwas drin! Ich schwimme einfach Fische! ja man kann tauchen jetzt ist ja man kann tauchen man kann einfach tauchen ich weiß es ist die Zona aber also wenn das Mittwoch spricht also wenn das coole wäre wenn ich das Wasser noch fressen würde also die Zona macht jetzt in der Kicks wir müssen dann gucken gehen in eine neue Runde obja was und zwar ich lasse es also wieder drin alles die Bunker sind wieder zu die sagen das war es mit der Runde Ciao Ciao so noch ein kleines Update rand an dieser Seite des Doomstail gerät das ist jetzt auch kaputt ich guck hat man auch schnell was im Shop gibt was es im Shop gibt gab es da ein kleines Update da gab es kein Update Freunde der Shop ist wie immer noch alles gleich geblieben ich bin da mal gespannt Alter die Schüler sagen das war es mit dem Video gerne können auch gerne Kreditkorten geben und mit Abonnieren ja da es mit das ich